Viparita Namaskar Ardha Padmasana ist der halbe Lotussitz in umgekehrter Grußhaltung. Gib einen Fuß unter einen Oberschenkel, einen anderen Fuß auf den anderen Oberschenkel und so bist du in Ardha Padmasana. Dann gib die Hände hinter den Rücken, die Handflächen zusammen, die Fingerspitzen zeigen nach oben. Das ist die umgekehrte Grußhaltung Viparita Namaskar und dabei wölbe den Brustkorb nach vorne, halte den Kopf gerade, lächle und genieße diese Stellung. Viparita Namaskar Ardha Padmasana